Salut! Das ist ein Übungsvideo zu den Relativpronomen KIKÖ und SUKI SUKÖ. Wenn ihr euch nicht mehr so genau erinnert, wie diese Relativpronomen funktionieren, dann schaut euch das dazugehörige Video noch einmal an. Wir wollen heute üben, wann man KIKÖ und wann SUKI SUKÖ benutzen muss. Und los geht's! Fassen wir ganz schnell zusammen. KIKÖ und SUKI verwendet ihr bei einem Subjekt. Bei KÖ und SUKÖ geht es um ein Objekt. All diese Relativpronomen können sowohl Personen als auch Sachen bezeichnen. KIKÖ übersetzt ihr mit DER, DIE, DAS und KÖ bedeutet DEN, DIE, DAS. SUKI und SUKÖ übersetzt ihr IMMER mit WAS. KI und KÖ beziehen sich auf etwas, das bereits genannt wurde. Sie können also einen Ausdruck ersetzen, der schon im Hauptsatz vorgekommen ist. Ihr benutzt sie also, wenn ihr diesen bestimmten Ausdruck nicht noch einmal wiederholen wollt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause! – Bag羽uru für falschecodone! – DAS, также bestimmten przypadens Erieß starten! – Ar of skal, sondern auch überlegen 소리! Also, gefällt euch nicht för 이유 gut Alf ihre Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020